Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 555, ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise und davor gibt es einen Rilke, Rainer Maria Rilke, Gedicht aus dem Buch der Bilder und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja und ich habe es in der letzten Episode schon angekündigt, es gibt eine Saisonvorschau für den FC St. Pauli in der Saison 2024, 2025 heute, das heißt wenn ihr euch für Fußball interessiert, dann könnt ihr vielleicht nicht einschlafen, wenn ihr HSV-Fans seid, schaltet ihr jetzt eh gleich ab, weil ihr keinen Bock habt heute anzuhören, was ich über den FC St. Pauli zu sagen habe. Einige HSV-Fans hören hier aber auch immer ganz gerne zu, um den HSV geht es heute aber gar nicht, denn die spielen ja in einer anderen Liga als wir und die kommen also nicht weiter vor. So, nur mal als Vorwarnung, wenn ihr keine Lust habt, mich über Fußball reden zu hören, dann hört euch lieber eine andere Episode an. Es gibt ja außer dem FC St. Pauli auch noch andere Fußball-Einheiten, zum Beispiel die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Während ich das hier aufnehme, ich nehme das ein bisschen früher auf, an dem Abend, an dem die, also zwei Wochen vor Veröffentlichung dieser Episode, heute wird die 554 veröffentlicht. Ich nehme aber hier schon mal eine Episode auf Vorrat auf, ich auch demnächst im Urlaub bin und einfach mal endlich mal wieder nicht kurz auf knapp aufnehmen möchte. Heute Abend ist das Halbfinalspiel Spanien gegen Frankreich, da gucke ich sicherlich nachher auch noch rein. Es geht auch in einer halben Stunde schon los, da bin ich noch nicht fertig mit der Episode. Dann wisst ihr auch schon mal, wie sehr mich die Europameisterschaft interessiert. Also durchaus interessiert mich das, durchaus schalte ich da ein. Natürlich auch gerade, wenn die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt, aber es ist mir nicht so wichtig. Also ich bin auch nicht traurig, dass Deutschland ausgeschieden ist aus der EM im Viertelfinale. Hab das Spiel natürlich geguckt, hab auch gejubelt bei dem Tor kurz vor Schluss in der regulären Spielzeit. Aber ja, es bewegt mich nicht mal halb so viel wie die Spiele vom FC St. Pauli. Ich finde solche Wettbewerbe eigentlich ganz lustig. Und es macht Spaß zu gucken, aus welchen Ländern welche guten Fußballspieler kommen. Und bei so einem Turnier sind ja auch sehr viele sehr tolle Fußballspieler dann zu sehen, die dann ja aber nicht in ihrer normalen Vereinsmannschaft spielen, mit der sie also regelmäßig trainieren, sondern die Nationalmannschaften sind ja zusammengewürfelt. Die kennen sich zwar alle, aber eingespielt sind die halt nicht. Das jetzt stimmen halt die Abläufe häufig nicht. Und das ist irgendwie eine, glaube ich, ziemlich schwere Aufgabe für so einen Nationaltrainer, egal von welchem Land, so eine Mannschaft dann einzustellen auf ein gemeinsames System, auf ein gemeinsames Vorgehen und so. Das stelle ich mir nicht so leicht vor. Und entsprechend sehen solche Spiele manchmal auch komisch aus. Und das mag auch interessant sein. Aber es ist irgendwie nichts, wo ich irgendwie, wo mein Herz für brennt oder wo ich irgendwie denke, das muss ich mir jetzt unbedingt anschauen. Ja, und dann kommt natürlich auch noch die, die kulturelle Komponente dazu, dass natürlich bei einer Europameisterschaft gerade im eigenen Land dann das wieder ganz normal ist, Deutschlandfähnchen ans Auto zu machen. Und natürlich ist nicht jeder, der in der Deutschlandfahne im Moment zeigt, ein Nazi oder irgendwas Schlimmes. Aber es gibt wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass nach dem Sommermärchen 2006 das Zeigen von nationalistischen Symbolen doch deutlich normalisierter geworden ist. Und das Erstarken der Rechtsextremen dadurch einen Aufwind bekommen hat. Das ist jetzt kein Vorwurf an irgendwen, der in der Deutschlandfahne zeigt. Aber es muss sich einem schon bewusst sein, dass Patriotismus ohne Nationalismus selten geht, dass das ganz schwer auseinanderzuhalten ist. Ich habe das auch probiert 2006 für mich, das so zu definieren. Aber es ist schwierig. Und ich finde, es ist irgendwie auch doof, weil alle anderen Länder können das irgendwie. Unverkrampften Patriotismus, ob der dann immer so problemlos ist, sei mal dahingestellt. Also in Amerika sieht man überall Amerikaflaggen. Ganz viel. Und das ist aber eine Art von Nationalismus, die ich auch für sehr kritisch halte. Gerade in Amerika. In Schweden sieht man auch überall Schwedenflaggen. Und das ist eine Art von Nationalismus, die ich für überhaupt nicht problematisch halte. Oder die ich zumindest nicht als problematisch wahrnehme. Vielleicht liegt es daran, dass Schweden noch nie einen Angriffskrieg gegen irgendwen anders gestartet hat. Deutschland hat das gemacht. Deutschland hat zwei Weltkriege ausgelöst. Und Amerika ist auch nicht immer brav gewesen, was wir sagen. So, und dann ist Nationalismus vielleicht irgendwie nicht angemessen oder schwierig. Naja, so lässt sich halt irgendwie selten trennen. Und es ist natürlich einerseits schön, dass so ein Wettstreit sportlich stattfindet und nicht mit Waffen. Deswegen sind Fußballfeste natürlich eigentlich gut, dass wir es in unserer Kultur geschafft haben, dieses Bestrieben besser sein zu wollen als die anderen da von dahinter der Grenze. Dass man das halt nicht unbedingt mit Waffen tun muss. Aber dass dann dieses wir sind aber besser als die anderen dadurch besteht, bekräftigt wird, ist halt irgendwie durchaus problematisch. Und ich wollte ja eigentlich gar keinen Haltungsblock machen. Ich habe es auch gar nicht als Haltungsblock tituliert. Aber das ist so das, was mir durch den Kopf geht, wenn ich so Europameisterschaft, Weltmeisterschaft sehe. Mir macht das Spaß. Ich gucke da auch diese Spiele. Ich finde nur dieses nationalistische, was denn in so einer Nationalmannschaft aufgestürmt, also es ist ja diese ganzen Diskussionen darum, ob Menschen mit Migrationshintergrund einander zu einer Mannschaft spielen sollen, dürfen sollen oder nicht. Das ist ja vollkommen lächerlich eigentlich. Das sind halt Deutsche, die können hier jetzt spielen. Ich weiß nicht. Es ist schwierig. Und es ist schade, dass es schwierig ist, weil es könnte auch einfach schön sein. Es wäre auch schön, wenn wir in Deutschland einfach Deutschlandfähnchen wählen könnten, ohne dass es problematisch ist. Aber es ist halt problematisch. Und ich halte es auch für problematisch in anderen Ländern. Das ist jetzt nichts, was ich irgendwie den Deutschen allein aufbürde oder was man den Deutschen allein aufbürden sollte, meiner Ansicht nach. Sondern andere Länder sollten da genauso vorsichtig sein. Ich finde es wirklich interessant, warum ich es zum Beispiel in Schweden eben nicht problematisch wahrnehme. Aber mal gucken. Ja. Im Urlaub fahren wir nach England. Und ich weiß, dass es eigentlich das Vereinigte Königreich ist. Auf den Inseln von Großbritannien. Oh Gott, das ist alles wieder so ganz kompliziert. Und da gibt es ja sozusagen Nationalismus innerhalb einer Nation. Das ist irgendwie England gegen Schottland und gegen Wales und gegen Nordirland dann eben auch antreten. Obwohl sie eigentlich alle zur gleichen Nation gehören. Das ist ganz lustig. Also da ist das mit den Regionen schon irgendwie wieder schön. Und ich weiß nicht, warum schicken wir nicht auch eine bayerische Nationalmannschaft und eine sächsische Nationalmannschaft und eine schleswig-holsteinische Nationalmannschaft. Die müssten sich da natürlich auch erstmal qualifizieren. Aber mit Hauke Wahl in der Innenverteidigung sehe ich für Schleswig-Holstein doch ganz gute Chancen. Ja, soviel zum Thema EM. In Spanien wird Europameister, ist ja völlig klar. Wenn die Episode rauskommt, steht das schon fest. Und ich werde wahrscheinlich eines Besseren belehrt. Aber das war schon mein Tipp vor dem Viertelfinale, dass Spanien, also zumindest war mein Tipp, dass wer dieses Viertelfinale gewinnt, Europameister wird. Und ich habe 3 zu 1 auf Spanien getippt. Es wurde ein 2 zu 1 in der Verlängerung. Über das Handspiel weiß ich nicht. Kann man reden, muss man nicht. Will ich auch nicht. Ist auch egal. So faul ist, wenn der Schiri pfeift. Und Elfmeter ist, wenn der Schiri auf dem Elfmeterpunkt zeigt. Und sonst halt nicht. Da ist halt so. Genau. Wie gesagt, für mich ist gerade Fußballpause. Also es findet zwar Fußball statt und es sind auch tolle Spiele. Aber ich warte tatsächlich auf den eigentlichen Fußball. Und damit sind wir beim Thema. Denn mein Thema heute ist die Saisonvorschau auf die erste Bundesligasaison des FC St. Pauli seit 13 Jahren in der 2. Liga. Also vor 14 Jahren war der letzte Aufstieg in die erste Liga. Haben uns nur ein Jahr dort gehalten. Sind als 18. Sank und Klang ist abgestiegen. Waren dann 13 Jahre lang in der 2. Liga. Gehörten damit dann auch da schon zum Urgestein. Niemand war dann so lange in der 2. Liga wie wir am Stück. Weil alle anderen sind immer mal auf und wieder abgestiegen oder so. Und jetzt sind wir halt endlich aufgestiegen. Und von der Aufstiegsfeier habe ich ja auch schon berichtet. Da gibt es eine Episode dazu. Könnte ich jetzt irgendwie schnell nachgucken, welche das ist. Und dann kann ich das hier sagen. Aber ihr könnt doch einfach selber nachgucken. Einschlafen-podcast.de Slash Archiv ist die Liste aller Episoden. Und da sieht man Ach guck mal, das ist gerade mal 4 Episoden her. 551. Aufstieg FC St. Pauli und Goethe vom 14.05. Ja, das ist gerade mal 2 Monate her, dass wir aufgestiegen sind. Und ich erzählt habe, wie es denn alles war. Und Freudentaumel pur. Und ja, jetzt haben wir die neue Liga-Saison vor Augen. Im August geht es los. Und die Vorbereitung hat jetzt schon angefangen. Gestern war das erste Training der Mannschaft. Am Freitag gab es schon einen Laktattest. Oder am Samstag, weiß ich nicht. Wo dann die Fitness der Spieler geprüft worden ist. Damit sie auch alle schön individuell aufgebaut werden können. Die richtigen Belastungszonen kennen. Und so weiter und so fort. Das ist ja mittlerweile relativ professionell. Auch beim FC St. Pauli. Wir haben einen neuen Trainer. Alexander Blessin. Kommt von einem belgischen Klub Union. Union wahrscheinlich eigentlich. der dort Pokalsieger geworden ist in Belgien. und zweiter bei der Meisterschaft. Sehr knapp. Und wie ich das verstanden habe, undankbar. Die haben ein ganz komisches Meisterschaftssystem, wo es nicht einfach eine Liga gibt. Und am Ende ist der mit den meisten Punkten Meister. Sondern es gibt so Endspiele. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ist aber auch egal. Belgien ist natürlich jetzt nicht so die krasse Liga wie die Bundesliga. Also wer dort Meister wird, kann mit der gleichen Mannschaft in Deutschland vielleicht nicht direkt Meister werden. Aber dort so weit oben mitzuspielen und einen Pokal zu gewinnen, ist sicherlich eine gute Leistung. So, und ich bin sehr zuversichtlich. Ich finde ihn persönlich direkt viel ansprechender als unseren vorherigen Trainer. Da habe ich auch in der letzten Episode schon was zu gesagt. Da waren wir menschlich enttäuscht, dass irgendwie, nachdem wir lange gebraucht haben, mit ihm warm zu werden, er dann irgendwie direkt nach der Vertragsverlängerung dann doch die Biege gemacht hat. Ist aber schnell abgehakt. Also jetzt ist er halt weg und eigentlich reden wir nicht mehr über ihn. Jetzt haben wir neun und mal gucken, was der so bringt. Die Aufgabe wird nämlich schwer genug. Also auch mit dem vorherigen Trainer hätten wir uns nicht sicher den Klassenerhalt in der ersten Liga geschafft. Glauben wir zumindest alle. Also es ist so die Annahme, dass wir um den Klassenerhalt kämpfen müssen in der ersten Liga. Alles andere wäre eine Überraschung. Also wenn wir ganz entspannt im Mittelfeld spielen oder Richtung europäische Plätze gucken, das wäre schon irgendwie ziemlich abgefahren. Andere Klubs haben es auch geschafft. Also Union Berlin ist auch irgendwie als Underdog aufgestiegen und hat dann irgendwie zwei Jahre später auch europäisch gespielt. Erst Conference League und dann ja sogar Europa League. Warum soll uns das nicht auch gelingen? Aber das wäre schon eine Überraschung. Also rechnen wir mal mit Abstiegskampf. Und das Saisonziel muss natürlich sein, dass wir mindestens den 15. Platz erreichen. Und mal gucken, ob das klappt. Und dazu wollte ich dann jetzt mal schauen, wer denn überhaupt noch da ist oder wie sich das personell verändert hat. Und was wir vielleicht noch brauchen und dann den Spielplan durchschauen. So, der Kader ist natürlich noch gar nicht final. Aber was wir jetzt schon wissen, ist, dass Marcel Hartl uns verlassen hat. Und wir können ja mal gucken, was hier schon dran steht. Wo ist denn hier Transfers aktuelle Saison? Muss ich mal eben aufmachen, habe ich natürlich noch nicht. So, Abgänge. Erik, das Silber Morera ist weg nach England in die Premier League, Nottingham Forest. Gönne ich ihm total. Er hat einen Marktwert von anderthalb Millionen. Der Typ ist 18 und ist Weltmeister geworden mit der deutschen U19, glaube ich. Ist ein Eigengewächs. Also kommt aus der St. Pauli-Jugend. Hamburger Jung. Und spielt jetzt in der Premier League. Hoffentlich spielt er auch. Sitzt er nicht nur auf der Bank. Ein toller Spieler. Leider haben wir ihn nicht bei St. Pauli halten können. Das wäre cool gewesen. Aber ja, später in England. Marcel Hartl hat uns verlassen. Das ist bei mir ein großes Fragezeichen, warum er das gemacht hat. Der ist 28. Im besten Fußballalter. Hat in der letzten Saison für uns die beste Saison seines Lebens gespielt. Also er ist ja schon mehrfach in die Bundesliga aufgestiegen, Bielefeld und wie auch immer. Also toller Spieler schon immer gewesen. Jetzt aber nochmal irgendwie wichtiger. Hat sogar dann auch angefangen, Tore zu schießen. Union Berlin und FC Köln. Stimmt. Also hat schon einige Stationen hinter sich. Und war absolut tragende Säule beim FC St. Pauli in der letzten Saison. Großen Anteil am Aufstieg. Und wechselt jetzt ablösefrei. Sein Vertrag läuft aus nach Amerika. Nach St. Louis. Und das finde ich ganz schwierig zu verstehen. Also er hat gesagt, manchmal ergeben sich im Leben besondere Chancen. Der will jetzt ergreifen. Das ist ein gutes Recht. Ich gönne ihm das auch, wenn das für ihn eine Chance ist. Ich verstehe nur nicht, was das für eine Chance ist. Also wahrscheinlich gibt es da ein bisschen mehr Geld, als es das bei uns hätte geben können. Und ja, er hat dann irgendwie internationale Erfahrung. Aber gerade die amerikanische Liga, die MLS, die spielt da halt nicht so eine Rolle wie American Football, Basketball oder Baseball. Wenn es in Amerika um Fußball geht, dann ist es eher Frauenfußball. Und sie nennen das ja auch noch Soccer, nicht Football. Weil Football halt American Football ist. Dabei wird das gar nicht mit dem Fuß und auch nicht mit dem Ball gespielt, sondern mit der Hand und mit dem Ei. Wohingegen das Spiel, was mit Fuß und Ball gespielt wird, Soccer heißt und nicht Football. Ich verstehe es nicht. Aber das ist eine kulturelle Sache und die ist eigentlich völlig irrelevant. Aber das Spielen in Amerika als Profifußballer ist, glaube ich, ich weiß nicht. Also ob das so cool ist wie in der Bundesliga, glaube ich einfach nicht. Also auch für den Lebenslauf ist das irgendwie keine Auslandsstation, wo er dann in zwei Jahren in die Premier League oder was sie sich nach Frankreich oder Spanien oder Italien wechseln kann und sagen, hey, ich habe schon Auslandserfahrung. Da wäre, glaube ich, Bundesliga-Erfahrung wertvoller, so was die Vita angeht. Und das nach Amerika oder nach Saudi-Arabien geht man doch eher so, wenn man einfach nur noch die Kohle mitnehmen will und die sportliche Weiterentwicklung nicht mehr so wichtig ist. Also vielleicht hat er auch gesagt, Drei-Jahres-Vertrag dort, den ziehe ich durch, habe dann genug Geld und bin dann fertig, kann auch sein. Ist vielleicht auch sicherer als ein Jahr mit St. Pauli in der ersten Liga spielen und dann halt vielleicht absteigen. Und wer weiß, was denn dann passiert. Aber, naja, also ich finde es sehr, sehr schade, wenn es für ihn die richtige Entscheidung ist. Freue ich mich für ihn nicht. Ich sorge mich nur, dass es nicht die richtige Entscheidung ist. Ich fände es sehr schade, wenn er sich dort dann langweilt und dann guckt, wie es bei uns irgendwie abgeht. Ja, Etienne Amenido verlässt uns leider auch. Ist nach Vertragsende jetzt vereinslos. Das finde ich auch ganz schwierig zu verstehen, dass wir den nicht verlängert haben. Das hätte sicherlich nicht viel Geld gekostet und haben da nicht so die große Qualität im Sturm, was ja seine Position ist. Also da haben wir andere Stürmer noch im Verein. Also Andreas Albers hat gerade verlängert. Von dem halte ich nicht so viel wie von Amenido. Leider hatte er viele Verletzungen. Er war sehr verletzungsanfällig und konnte dann halt immer nicht sich durchsetzen und zeigen, was er denn kann. Wenn er fit war, war es halt irgendwie wirklich teilweise fantastisch, was er gespielt hat. Und deswegen bin ich traurig, dass er nicht bleibt. Das war sicherlich nicht seine Entscheidung, sondern eine Entscheidung von unserem Verein, Sportchef, Bornemann, vielleicht auch der Trainer, der neue Trainer, Blessin. Ich weiß es nicht, aber ja, ist halt so. Ich finde es schade, aber alles Gute. Ich hoffe, es kommt was. So, dann hatten wir Aljosha Kämlein ausgeliehen. Der war, glaube ich, nur ein halbes Jahr da. Als Ersatz für Käpt'n Irvine, weil er Irvine irgendwie, genau, der war auf Länderspielreise für Australien. Und wir brauchten irgendwie jemanden, der dann auch im Januar schon für uns spielen kann. Dann haben wir uns Kämlein ausgeliehen von Union Berlin. Super toller Spieler, 19 Jahre alt und hat ganz tolle Spiele gemacht. War halt nur geliehen und jetzt wollen die Unioner ihn zurückhaben. Haben wahrscheinlich auch gesehen, was er bei uns gespielt hat. Und ich hoffe, dass er jetzt auch bei Union sich durchsetzen kann und mehr Spielzeit bekommt. Aber der hat bestimmt noch eine tolle Zukunft. Genau, und dann steht hier als Abgang noch Scott Banks auf Transfermarkt. Der steht aber auch als Zugang, weil der war geliehen von Crystal Palace aus der Premier League in England. Und ist jetzt fest verpflichtet worden. Also er bleibt uns treu. 22 Jahre alter Rechtsaußenstürmer. Hatte auch leider die längste Zeit der letzten Saison eine Verletzung. Aber war vorher großartig. Und als er wiederkam, war er auch großartig. Und hat dann im letzten Spiel ein, hatte das Tor geschossen, hat er ein Tor geschossen oder vorgelegt. Also irgendwie war es halt sehr, sehr gut, was er gemacht hat. Müsste ich jetzt gleich mal eben nachgucken. Leistungsdaten. Wie war denn das noch? Also wir haben ihn zumindest sehr, sehr gefeiert. Wo ist denn hier? Zu den kompletten Leistungsdaten. Und dann letzte Saison anzeigen, klicken. Und ja, gegen wen Wiesbaden hat da die Vorlage gemacht? So war das. Ja. Kann man das irgendwie hier nochmal genauer sehen? Transfermarkt.de ist auch eigentlich nicht so sehr zum Gucken, wie so Spiele gelaufen sind. Sondern es ist eher so, da geht es halt um die Spieler. Natürlich haben sie die Daten auch. Da ist es. Daniel Sinani hat das Tor geschossen. Genau. Erst hat Kovacevic Führung für Wiesbaden geschossen. Und dann hat Andreas Albers den Ausgleich. Und Daniel Sinani nach Vorlage von Scott Banks. Ja, sehr gut. Das freut mich, dass der dazugekommen ist und bleibt, besser gesagt. Und jetzt hoffentlich auch sich nicht gleich wieder verletzt und dann vielleicht in der Bundesliga eine gute Rolle spielen kann. Traue ich ihm vorher zu. Ben voll. Weitere Zugänge für die Saison. Von Viktoria Köln aus der dritten Liga kommt ein neuer Torwart. Und der wird sicherlich Ersatz-Torwart sein. Ob er die Nummer zwei sein kann und vielleicht dann mal im Pokal spielt. Weiß ich nicht. Da haben wir noch den Burchardt. Wer von den beiden jetzt eher auf der Bank sitzt oder auch mal irgendwie im Pokal auf dem Platz darf. Voll oder Burchardt kann ich nicht einschätzen. Bin ich gespannt. Macht einen guten Eindruck. Ja, dann haben wir noch einen aus der zweiten Mannschaft befördert. Mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Mohamed Dahaba, Innenverteidiger. Weiß ich gar nicht, ob der in der letzten Saison auch schon da war. Ist ja, Hamburger Jung. Ist glaube ich auch in Hamburg geboren. Weiß ich gar nicht. Also ist zumindest schon in allen Jugendmannschaften dabei gewesen. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass der sich jetzt schon durchsetzt. Sondern der wird eher in der Reserve sein. Ja, wer nicht in der Reserve sein wird, ist Robert Wagner. Ein Mittelfeldspieler aus Freiburg. 20 Jahre alt. Den haben wir allerdings nur geliehen. Aber der ist jetzt für ein Jahr bei uns. Und der wird uns, glaube ich, viel Freude bereiten. Also der sieht sehr vielversprechend aus. Und habe mir jetzt noch nicht irgendwie groß angeguckt, wie der so bisher gespielt hat. Ich kann ja mal auch zu den kompletten Leistungsdaten. Was hat er denn in der vergangenen Saison so gemacht? Da muss Transfermarkt erstmal ganz tief in die Datenbank reinschauen. Und der war ausgeliehen, genau, an Fürth. Und ja, hat 31 Spiele gemacht von 34 möglichen. Hat einen Pokal mitgespielt. Hat vier Tore gemacht, fünf Vorlagen gegeben. Eine gelbe, einmal gelb-rot. Und ja, hat gegen Kaiserslautern sogar beide Tore geschossen, die dann zum 2-1-Sieg geführt haben. Cool. Ja. Dann hat er ja auch gegen uns schon gespielt. Hat er gegen uns ein Tor geschossen? Hat er gegen ASV ein Tor geschossen? Ach ne, ASV soll es ja nicht geben. Ähm, also bei uns hat er nicht getroffen, aber 83 Minuten gespielt. Und zu Hause gegen St. Pauli ist 0-0 ausgegangen. Da hat er also auch kein Tor geschossen, aber 90 Minuten gespielt. Ja. Ist mir so nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Also gesehen habe ich ihn dann offenbar schon. Aber ja, cool. Also herzlich willkommen, Robert. Das wird bestimmt gut in der 1. Liga. So, und das heißt aber, dass wir einen Kader haben, der aussieht wie folgt. Torhüter haben wir Nikola Vassil. Der wird sicherlich gesetzt sein als Nummer 1. Ben Voll hat die Nummer 1 Rückennummer bekommen, weil Nikola ja die 22 hat. Aber dann sicherlich eher auf der Bank sitzt. Wenn dann nicht Sascha Burchert sitzt mit der 30, den wir auch noch haben. 34 Jahre alt, nicht mehr der Jüngste. Aber bei Torhütern ist das ja nicht so relevant. Wir haben auch noch Sören Ahlers. Der ist allerdings verletzt und wird voraussichtlich keine Rolle spielen. So, in der Verteidigung haben wir Innenverteidiger. Erik Smit ist hier als Innenverteidiger gelistet. Der ja auch dann Innenverteidigung gespielt hat. Der war eigentlich als Sechser gekommen, also defensives Mittelfeld. Ist dann in die Mitte der Dreierkette Innenverteidigung gezogen worden. Letztes Jahr von Hürzler und hat das extrem gut gemacht. Ist hier gelistet mit einem Markwert von 4 Millionen. Ist, glaube ich, unser wertvollster Spieler, oder? Ich sortiere mal eben nach Marktwert. Ja, ist er, genau. 4 Millionen, Erik Smit. Dahinter kommen Dappo und... Ja, ist egal. Ja, also Marktwertanalyse bei Transfermarkt.de ist ja eh so ein bisschen hokus pokus. Aber ganz interessant. Interessanterweise ist Erik Smit auch einer der wenigen, wo das offizielle Vertragsende bekannt ist. St. Pauli hat sich angewöhnt, die Vertragslaufzeiten nicht mehr zu veröffentlichen. Das sind, glaube ich, vor allem taktische Gründe, um bessere Verhandlungspositionen zu haben mit Vereinen, die uns Spieler wegkaufen wollen. Bei Erik Smit ist es bekannt, nächsten Sommer, 36.2025, also nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit. Und das bedeutet, man müsste sich jetzt darum bemühen, den Vertrag zu verlängern. Sonst kann er im nächsten Sommer ablösefrei wechseln. Und das ist immer schade, bei solchen Spielern, die so wertvoll sind, wenn die dann ablösefrei weggehen. So wie jetzt bei Marcel Hartl. Da haben wir es halt nicht geschafft, den Vertrag rechtzeitig zu verlängern. Bornemann weiß sowas. Der wird wahrscheinlich schon mit Erik Smit und seinen Managern gesprochen haben, ob er nicht mal verlängern möchte. Weil der passt halt auch zu St. Pauli. Und wäre sehr schön, wenn er verlängern könnte. Ist ein ganz wichtiger Spieler für uns im Spielaufbau. Wahnsinnige Passsicherheit. Und in der Verteidigung halt ein absoluter Bank. Ja. Wenn er nicht verlängert, ist er natürlich auch ein Kandidat. An den letzten Sommer war es schon so, dass Stuttgart ihn gerne von uns abkaufen wollte. Da haben wir uns mit Händen und Füßen gewehrt. Und Stuttgart wollte er nicht genug bieten. Ich glaube, da waren drei Millionen im Gespräch als Ablöser oder so. Das wäre schon ziemlich viel Geld für uns gewesen. Aber uns war er mehr wert. Und ja. Mal gucken, was jetzt für ihn geboten wird. Falls es immer noch Interessenten gibt. Ich gehe davon aus. Kann also auch sein, dass er uns noch diesen Sommer verlässt. Das wäre sehr, sehr schade. Ich wäre sehr traurig. Aber der wird sicherlich nicht nach Amerika wechseln oder nach Saudi-Arabien, sondern wahrscheinlich innerhalb der Bundesliga. Wenn es denn dazu kommt. Das wäre, wie gesagt, traurig. Wer nicht wechselt, weil er erst letzten Sommer gekommen ist, ist Hauke Wahl. Innenverteidiger kam von Holstein Kiel, die ja mittels zusammen aufgestiegen sind, obwohl sie uns Hauke Wahl abtreten mussten. Ablösefrei, glaube ich sogar, damals, weil die auch nicht verlängert haben. Und das ist schön. Hauke ist schon 30, aber als Innenverteidiger ist das, glaube ich, kein Problem. Die müssen nicht so besonders sprintschnell sein, also auf längeren Sprints. Der rennt halt nie im Vollsprint von der eigenen Grundlinie bis zur gegnerischen Schießt ein Tor. Das macht er nicht, ist nicht sein Job, steht nicht in der Jobverschreibung, sondern der muss halt hinten alles dicht haben, muss ein gutes Passspiel haben, muss natürlich auch immer, also müssen halt auch taktisch sehr klug spielen, wissen, wo sie sein müssen. Und dann müssen sie da natürlich auch schnell hinkommen. Also langsam dürfen die auch nicht sein, aber eben nicht so schnell wie ein Schienenspieler oder ein Linksaußen oder so. Der bleibt sicherlich noch genauso wie Karol Metz, Innenverteidiger 31 und die drei zusammen, Erik Smidt, Hauke Wahl und Karol Metz. Das sind so unsere drei gesetzten Innenverteidiger. Die haben das in der letzten Saison sehr, sehr gut gemacht. Alle auch sehr groß. Erik Smidt ist 1,92, Hauke Wahl ist 1,89 und Karol Metz 1,91. Und die passen da ganz gut zusammen. Wir haben außerdem noch David Nemeth als Innenverteidiger, 23 Jahre alt, auch 1,91 groß. Und beidfüßig, der hat auch eine Vertragslaufzeit, hier steht allerdings noch zwei Jahre. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass der einen sehr hohen Marktwert hatte, als der zu uns gekommen ist. Guck mal, ich glaube, der kam aus Mainz. Ja, genau, der hatte schon mal einen Marktwert von 4 Millionen, ist dann zu uns gekommen mit einem Marktwert von 2 Millionen und steht jetzt irgendwie bei 800.000. Ich glaube, der war einfach überschätzt. Ich meine, der ist jetzt 23, das ist jetzt noch kein Alter für einen Fußballer, der entwickelt sich noch. Hat in der letzten Saison wenig Einsatzzeiten bekommen, einfach weil die anderen drei vor ihm waren. Ich weiß gar nicht, ob da auch Verletzungen eine Rolle gespielt haben. Ich weiß es gar nicht. Ist aber ein guter. Also ich glaube, die 800.000, die da jetzt als Marktwert stehen, sind irgendwie zu niedrig. Das ist einer, von dem werden wir noch was haben. Den brauchen wir, wenn sich da mal jemand verletzt oder gesperrt ist oder so. Genau wie Adam Svigawa, der ist einfach, ja, der ist nicht brillant, aber total zuverlässig. Und wenn der eingewechselt wird, weil irgendwie Hauke nicht mehr kann oder sich wehgetan hat oder auch immer, dann habe ich keinerlei Sorge. Also das ist irgendwie sehr, sehr zuverlässig. Und gut, 28 Jahre alt, 1,85. Ja, genau. Und Mohamed Duhaba, Duhaba habe ich schon genannt, ist befördert worden aus der eigenen U23. Zweite Mannschaft. Gehört ja zum Profikaler. Und mal gucken, was mit dem so ist. So, Außenverteidiger. Links haben wir Philipp Treu. Der steht hier als verletzt. Der hat muskuläre Probleme, aber ich glaube nichts Schlimmes. Und Philipp habe ich ja total ins Herz gestellt. Also ist ein super Linksverteidiger. Wir haben ja im letzten Sommer haben wir Pakarada, Lea hat Pakarada verloren. Auch ablösefrei, glaube ich. Nach Köln. Ist jetzt mit Köln zusammen abgestiegen. Aber okay. Hat sich sportlich nicht verbessert. Hätte mal bei uns bleiben sollen. Kann man ja nicht wissen, wenn man nach Köln wechselt, dass man dann gleich irgendwie absteigt. Aber das war halt vorletztes Jahr einer unserer wichtigsten Spieler. Lea Pakarada ist dann gegangen. Und da war so die Frage, wie soll man den ersetzen? Und war klar, dass man den nicht eins zu eins ersetzen kann. Dass man irgendwie andere Lösungen finden muss. Und mit Philipp Treu haben wir eine sehr, sehr gute Lösung gefunden. Letzten Sommer ist aus Freiburg gekommen. Hat sich super entwickelt. Ganz klar auch Stammspieler geworden vor Lars Ritzka, der auch noch als Linksverteidiger da ist. Die beiden zusammen auf der linken Seite. Habe ich ein gutes Gefühl. Das reicht vollkommen aus. Philipp ist ein bisschen schneller, glaube ich, als Lars. Lars ist ein bisschen rustikaler unterwegs. Ich glaube, Philipp Treu schlägt die besseren Flanken. Ich weiß es gar nicht so genau. Viel nehmen die sich auch nicht. Ich glaube, Philipp Treu ist ein bisschen agiler und nach vorne gefährlicher als Lars Ritzka. Und das können wir mit diesem Dreierkettensystem gut gebrauchen. Da brauchen wir halt nicht so viel hinten Stabilität. Ich glaube, Lars Ritzka wäre in der Viererkette die bessere Wahl als Philipp Treu. Weil er eben in der Verteidigung ein bisschen besser ist. Vielleicht ist es so. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Aber links mache ich mir keine Sorgen. Rechts auch nicht. Da haben wir Manolo Staliakas, unser Grieche, 27 Jahre alt. Der ist im Sommer 2022 zu uns gekommen, also vor zwei Jahren und hat heute gerade seinen Vertrag verlängert. Da kam heute die Nachricht, dass er bei uns bleibt. Da weiß man nicht, wie lange der Vertrag gelaufen wäre. Ich nehme an, noch ein Jahr oder so. Und ja, der hat heute gesagt, ich bleibe. Das heißt, wir haben ihn langfristig gebunden. Und das ist gut. Supertoller Rechtsverteidiger. Ähnlich offensiv gefährlich wie Philipp Treu. Noch mal eine Ecke stabiler in der Verteidigung. Also wenn der spielt, mache ich mir da gar keine Sorgen. Der hat natürlich in dieser Saison andere Herausforderungen. Der muss in dieser Saison gegen andere, also gegen Erstliga linksaußen verteidigen. Nicht mehr gegen Zweitliga linksaußen. Aber traue ich ihm vollkommen zu. Außerdem haben wir da noch Luca Günther. Ich glaube, er ist auch aus der eigenen Jugend gekommen. Ja, genau. Er hat noch einen Jahr Vertrag. Vielleicht kann man nochmal einen zweiten Rechtsverteidiger, einen dritten Rechtsverteidiger dazuholen. Falls Staliakas mal verletzt ist. Wobei Philipp Treu war, glaube ich, genau, in Freiburg war der Rechtsverteidiger. Und wenn Staliakas mal nicht kann, dann spielt Philipp Treu einfach rechts. Und Lars Ritzka spielt dann den Linksverteidiger. Das funktioniert auch gut. Ja, also es ist keine wichtige Baustelle. Aber könnte man mal drüber nachdenken. So, zentrales Mittelfeld. Da haben wir, Robert Wagner habe ich schon genannt, haben wir geliehen. Aus Freiburg ist natürlich nur ein Jahr da. Ist aber bestimmt sehr interessant, den da spielen zu sehen. Und natürlich unseren Kapitän, Jackson Irvine, australischer Nationalspieler. Und ja, einfach, das ist sowohl persönlich, Identifikationsfigur und Publikumsliebling. Ist auch mein Lieblingsspieler. Das ist einfach toll, wie er spielt. Wie er sich gibt auf dem Platz, neben dem Platz, mit der Mannschaft, bei den Aufstiegsfeierlichkeiten. Einfach ein ganz, ganz toller Mensch, toller Typ, toller Spieler. Und ich habe das Gefühl, der wird für immer bei uns bleiben. Der ist jetzt 31, der wird jetzt nicht noch irgendwie zu einem anderen Bundesligisten wechseln oder ins Ausland oder sonst was. Der kommt aus dem Ausland, kommt aus der Premier League, glaube ich, wo war der zuletzt? Er ist Hibernian FC, ist Schottland, glaube ich, weiß ich nicht. Genau, und der fühlt sich, glaube ich, auch sehr, sehr wohl. Ist sehr respektiert im Verein, in der Mannschaft, bei den Fans. Das ist einfach ein perfect fit, würde ich sagen. Also ich könnte es überhaupt nicht verstehen, wenn der uns irgendwie verlässt. Aber man weiß es natürlich nie, das stimmt schon. Dann haben wir seit dem letzten Winter, glaube ich, Erik Ostrand, ein Schwede, 22 Jahre alt. Das ist, glaube ich, mehr so Perspektivverpflichtung gewesen. Hat er überhaupt einmal gespielt? Ich glaube, mit dem Nachgucken, da war irgendwas mit Verletzungen. Da war irgendwas, was dagegen gesprochen hat, dass er gespielt hat. Was steht denn hier? Zweite Bundesliga, 0 Einsätze. Nee, hat nicht gespielt. In der Regionalliga Nord, also in der zweiten Mannschaft, hat er irgendwie 70 Spielminuten gesammelt. Mal schauen. Ich glaube, das war so, es klang total vielversprechend, als er zu uns gekommen ist. Und er kam ja gemeinsam mit, sag mal schnell, ach ja, hier, Kemlin, war Joshua Kemlin, als Ersatz für Irvine. Ist auch cool, dass wir gleich zwei Live-Spieler holen, wenn Irvine mal ein paar Länderspiele macht. Aber war nötig, war gut und gibt halt Sicherheit, wenn man da noch Leute hat, die man dann einsetzen kann, wenn es darauf ankommt. Und wenn es darauf ankommt, ist auch Carlo Bukaifer da, der ist auch schon zwei Jahre im Verein, hat auch nur einen Vertrag, bis 25 steht hier. Toller Typ, aber ist halt kein brillierender Zweikämpfer oder so. Aber da habe ich auch null Sorge, wenn der kommt. Das ist so ähnlich wie mit, was habe ich gesagt, Adam Zykawa. Das ist so ein gleicher Typ Spieler, total zuverlässig, passiert halt nichts Aufregendes. Also er schießt dann nicht gleich 17 Tore oder sonst was. Ist auch nicht sein Job, sondern er macht halt einfach so ein sehr guter, sehr stabil halt einfach. Ja, und dann haben wir da noch Connor Metcalf. Ach nee, das ist schon ein offensives Mittelfeld, aber ist halt auch immer noch Mittelfeld. Der spielt häufig auf der rechten Außenbahn, hat auch schon mal im Sturm gespielt, kann auch im defensiven Mittelfeld. Also sehr vielseitig, hat auch schon mal Rechtsverteidiger gespielt, als sie ihn da brauchten. Also rechter Schienenspieler sozusagen. Der kann einfach auch alles. Ich sehe gerade, er hat auch nur noch ein Jahr Vertrag. Das ist schade, da müssen wir mal dran arbeiten. Seit zwei Jahren da. Gemeinsam mit unserem Kapitän Jackson Irvine spielt er in der australischen Nationalmannschaft und ist da auch nicht irgendwie Bankdrücker, sondern auch öfter mal in der Startelf. Und die sind ja auch nicht ganz unerfolgreich. Der kann was und der ist richtig toll und das ist absolut nochmal eine Zukunft. Also der ist 24 Jahre alt, bei dem kann ich mir vorstellen, dass der nochmal wechselt. Wechselt vielleicht nicht jetzt diesen Sommer, vielleicht verlängern wir nochmal den Vertrag und er wird ja nächstes Jahr weggekauft oder so. Fände ich schade. Ich mag ihn sehr gerne spielen sehen, aber ich glaube, dass es eher noch jemand, der Richtung Karriere schaut, als zum Beispiel Jackson Irvine. Ja, wenn wir den nicht verlängern, ist er nächsten Sommer ablösefrei weg und kriegt ein tolles Angebot von irgendwem, der mehr Gehalt zahlen kann. Premier League oder so, bin ich mir ziemlich sicher. Genau, so, Elias Saad, links außen, hat letztes, der ist jetzt seit anderthalb Jahren bei uns, kommt von Eintracht Norderstedt, eine unfassbar steile Karriere hingelegt. kam irgendwie als, er hat glaube ich früher Futsal gespielt oder so und weiß nicht, Eintracht Norderstedt ist ja irgendwie, was sind die, weiß nicht, Regionalliga oder so. Spielen die denn? Ja genau, Regionalliga Nord. Und ja, wechselt zu uns mit einem Marktwert von 550.000 und ist jetzt irgendwie bei drei Millionen, weil er einfach ein fantastischer Fußballspieler ist, ist super schnell, super gefährlich und der kann auch mit Pech noch weggekauft werden. Also da sagen auch viele, da hat zum Beispiel Werder Bremen Interesse, da gibt es ganz viele Gerüchte, gibt es ja auch bei Transfermarkt, gibt es die Gerüchteküche bei St. Pauli Spielern, hat das meistens nicht hin. Wolfsburg, Union Berlin, Getafe haben angeblich Interesse. Ich hoffe, er bleibt bei uns, Elias Saad, das ist irgendwie eine tolle Geschichte. Ja, hatte seinen ersten Einsatz bei einem Derby vor gut einem Jahr und hat dann auch gleich ein Tor gemacht und vor anderthalb Jahren jetzt schon. Und war dann natürlich direkt in unseren Herzen. Genau, da ist auch Dapo Afolayan, der hat von mir auf die Schulter geklopft bekommen beim Platzsturm, habe ich auch erzählt. Super toller Spieler, Brite, Engländer, kommt auch aus der ersten Liga, glaube ich, in Bolton Wanderers oder sind die zweite Liga, weiß ich nicht. Rechtsaußen, super schneller, gefährlicher Spieler, dribbelstark, ganz toll und hat halt beim Aufstiegsspiel zu Hause gegen Osnabrück, glaube ich, sogar zwei Tore gemacht. Genau, so war das. Ja, geiler Spieler. Wenn der nicht verletzt ist, wenn der fit ist, dann kann der auch in der ersten Liga definitiv was reißen. Übrigens genauso wie Daniel Sinani, auch Rechtsaußenspieler. Da steht hier ein Marktwert von 500.000. Warum denn so wenig? Ich dachte, der ist höher bewertet. Haben sie den runtergestuft. Der war verletzt. Achso, ja, den haben sie runtergestuft. Höchster Marktwert war anderthalb Millionen bei Norwich City. Ist dann irgendwie ein bisschen runtergesackt und zu uns gekommen. Aber, ja, hat uns zur Meisterschaft geschossen durch seinen Treffer. Beim letzten Ligaspiel, letzte Saison, sind wir noch an Kiel vorbeigekommen und erster geworden. Also aufgestiegen waren wir ja schon. Aber wir brauchten noch einen Sieg, um dann auch den ersten Platz zu haben und die Meisterschale überreicht zu bekommen. Und das war Daniel Sinani nach Flanke von Scott Banks, auch Rechtsaußen. Beide, also wahrscheinlich recht ähnlich. Haben sie noch nicht durchgesetzt, haben ganz viel Potenzial. Scott Banks ist fünf Jahre jünger, 22 Jahre alt. Beides Linksfuß, ja, die sind, haben beide, glaube ich, sehr, also Talent auf jeden Fall, weil Potenzial auf jeden Fall, mal gucken, ob vielleicht Daniel Sinani noch mal wechselt oder ob er, also weiß Gott, Banks hat ja jetzt verlängert, ob er eine Chance hat, sieht, sich bei uns durchzusetzen oder ob er lieber sagt, so, ah, nee, in der ersten Liga bei St. Pauli werde ich bestimmt nicht eingesetzt. Kann gut sein, dass der noch mal sich umguckt oder vielleicht ein Leihgeschäft macht oder irgendwem oder so. Ja, aber beides tolle Spiele. Und dann bleiben noch unsere vier Stürmer. Am höchsten bewertet ist Johannes Eggestein. Kam vor drei Jahren. Er hat es anfangs schwer, sich durchzusetzen. Hat sich aber jetzt, glaube ich, durchgesetzt als Mittelstürmer. Andererseits haben wir auch schon Spiele in der letzten Saison ganz ohne Mittelstürmer gemacht. So, und auch wenn wir mit Mittelstürmer gespielt haben, hatte der nie die Rolle, dass er unbedingt alle Tore schießen muss. Sondern bei St. Pauli war dann eher so die Annahme, dass jeder Tore schießen kann. Ich meine, Marcel Hartl hat die meisten Tore für uns geschossen in der letzten Saison. Und der war halt nicht Stürmer, sondern Mittelfeldspieler. Aber hat halt manchmal die Stürmerpositionen gespielt. Und ich glaube, in dem System, in dem wir in der letzten Saison gespielt haben, braucht es halt nicht diesen einen Zielstürmer-Marke Harry Kane, der einfach nur vorne steht und wartet, bis er den Ball hat und dann einfach das Richtige macht und ein Tor schießt. So ein Knipser. Sondern es braucht halt so flexible Spieler wie Johannes Eggestein, der einfach vorne ganz viel Wirbel macht und alle durcheinander bringt, sodass irgendwer anders ein Tor schießen kann. Mindestens genauso wertvoll, würde ich sagen. Wäre natürlich auch schön, wenn wir mal wieder einen Knipser hätten, der, weiß ich nicht, 15, 20 Tore schießt in einer Saison, weil er Mittelstürmer ist und einfach immer da steht, wo er zu stehen muss. Das ist Johannes Eggestein nicht. Aber es macht auch nichts. Ich denke, der wird uns in der ersten Liga erhalten bleiben. Und mal gucken, wie er da so funktioniert. Wo wir dachten, er kommt als Knipser, Zielspieler oder Wandspieler und, hast du nicht gesehen, ist Simon Zoller. Naja, ist jetzt nicht so die Wand, 1,79 groß. Haben wir letzten Sommer geholt, relativ spät. Weil wir wussten, wir haben noch irgendwie Potenzial auf der Stürmerposition. 33 Jahre alt, hat einen schweren Start gehabt, war verletzt, hat sich nicht durchgesetzt. Persönliche Probleme. Naja, wir dachten, wir holen da einen millionenschweren Spieler aus der Bundesliga vom VfL Bochum. Mal gucken, ob der sich noch entwickelt, wie der sich noch entwickelt. Ich glaube, das ist ein guter Typ. Mal gucken, ob der jetzt in unserer Bundesliga-Saison eine Rolle spielen kann. Ich wünsche ihm und uns, aber ich weiß es nicht. Und das gleiche gilt auch bei Maurides, unser brasilianischer Mittelstürmer. Haben wir auch letzten Sommer, nee, vor einem Halbjahr sogar schon geholt. Hat halt auch nie so richtig die Rolle gespielt. Hat auch nie so richtig irgendwie Tore geschossen. Mit der Rückennummer 9 sollte man das eigentlich tun. Hat halt nicht geklappt. Tut mir auch leid, aber ist halt so. Muss er wahrscheinlich auch mitleben. Hat auch schon viele Positionen hinter sich. Meine Güte. 14 Einsätze der 2. Bundesliga. Kein Tor geschossen. Naja. Ist aber, glaube ich, auch ein guter Typ. Ist halt eher so ein Bulliger. Und passt ja, glaube ich, nicht so richtig ins Spielsystem von Hürzler. Ja, und dann Andreas Albers, hatte ich schon erwähnt. Kam aus Regensburg. Hat sich auch bei uns nicht richtig durchgesetzt. Marktwert 300.000. Wird nicht die zentrale Rolle spielen. Aber es ist immer eine gute Option zu haben. Und hey, da hat ein Tor geschossen im letzten Spiel. Und ohne dieses Tor wären wir auch nicht Meister geworden. Weil das Tor zum Ausgleich ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz Lieber. Ja. Spielt natürlich eigentlich keine Rolle, ob man liebes oder nicht. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn man sich mit den Spielern, die man hat, auch identifizieren kann. Also, Dapo Erfolian zum Beispiel, ich finde den witzig, aber lieb ist der nicht. Also, der lässt sich zum Beispiel auch schnell fallen. Also, der wird halt auch viel gefoult. Die Gegenspieler haben gar keine andere Wahl, als ihn zu faulen, weil er halt so ein guter, dribbelstarker Spieler ist. Den kannst du anders dann nicht stoppen und dann wird er gefoult und dann fällt er halt hin. Das mag ich eigentlich nicht. Das ist eigentlich so, Marke Fortuna Düsseldorf-Spieler. Da ist dann viel Schauspiel mit dabei. Er lässt sich zumindest nicht, also er macht keine Schwalben, Dapo. Aber ich fände es cooler, wenn er öfter mal probieren würde, doch stehen zu bleiben und weiter zu spielen, anstatt sich fallen zu lassen. Das meine ich damit. Das heißt jetzt nicht, dass ich Dapo nicht mag. Ich weiß aber ganz genau, wenn Dapo in Düsseldorf spielen würde, würde ich ihn hassen. Nein, hassen auch nicht. Hass ist ein hartes Wort. Aber ich glaube, dass Leute, die den FC St. Pauli nicht mögen und gegen uns spielen müssen, Leute wie Dapo dann eben auch nicht mögen, weil sie dann so einen unangenehmeren Spielstil haben. Genau, das ist aktuell der Kader, den wir haben. Baustellen haben wir beim Torwart nicht, bei der Innenverteidigung nicht. Linksverteidigung ist gut, Rechtsverteidigung vielleicht. Aber da haben wir auch noch den Philipp Treu, sonst, also ein Außenverteidiger wäre vielleicht noch nicht schlecht, aber ist nicht notwendig. Zentrales Mittelfeld ist gut aufgestellt mit Wagner, Irwin und Bukaifer. Metcalf kann dazu noch auch einspringen. Linksaußen haben wir im Moment nur Saad stehen. Interessant. Ja, da geht wahrscheinlich noch was. Rechtsaußen haben wir Dapo, Sinani, Banks. Da ist Dapo sicherlich gesetzt. Und mit Banks eine gute Alternative. Connor spielt ja auch gerne mal rechtsaußen. Das funktioniert schon. Ja, vielleicht brauchen wir noch einen Linksaußen. Vor allem wenn Saad weggeht, dann haben wir gar keinen mehr. Das wäre schlecht. Wäre schon ganz gut. So, und was aber alle sagen ist, wir brauchen noch einen Stürmer. Alle wünschen sich noch einen richtig guten Mittelstürmer, einen Knipser. Hat auch der neue Trainer schon gesagt. Das wäre vielleicht was, wo wir uns nochmal verstärken könnten. Ich kann ja mal auf die aktuellen Gerüchte schauen. Gerüchte und Zugänge. Da sind, glaube ich, auch eine Menge Stürmer mit dabei. Was sagt Transfermarkt? Sagt, Kilian Fischer ist ein Gerücht. Als Rechtsverteidiger. Budu Ziftzidatze von Ziftzivatze, so heißt er, Entschuldigung. Aus Karlsruhe, ein Georgier. Weiß ich nicht, ob der Bundesliga-tauglicher Zielspieler ist. So, dann haben wir Amine Zuzu. Kommt der her? Rabatt. 1,5 Millionen Marktwert. Offensives Mittelfeld. Keine Ahnung, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ob der ein sinnvoller Einkauf wäre, kenne ich nicht. Theo Bayer. Finde ich natürlich vom Namen her schon gut. Ich glaube, wahrscheinlich wird er anders ausgesprochen. Kommt aus Kanada. Theo Bayer. Ich habe keine Ahnung. Nennen wir ihn doch einfach. Theo Bayer. Marktwert 1,5 Millionen Mittelstürmer. Ja. Warum nicht? Könnte sein. Es gibt hier noch das Gerücht, dass Chemlein bleiben könnte. Da glaube ich nicht dran. Da hat Union, glaube ich, sehr deutlich gesagt, dass sie den zurückhaben wollen. Ich glaube auch nicht, dass wir dafür dann viel Geld in die Hand nehmen. Dann soll er glücklich werden. So, links außen. Yannick Rochelt von Elversberg. Ja, das wäre was. Das glaube ich wäre nochmal eine gute Option. Da steht hier Jakov Medec als Gerücht. Unser ehemaliger Innenverteidiger. Der sich in Holland, ist er glaube ich, ne? Ja, genau. Ajax Amsterdam nicht festgespielt hat. In seinem ersten Spiel hat er gleich ein Tor gemacht. Dann aber irgendwie nicht mehr. Und spielt, glaube ich, nicht so die Rolle dort. Aber ich glaube auch nicht bei uns. Weil wir gerade in der Endverteidigung doch ganz gut aufgestellt sind. Und wenn sich da noch was tut, wenn Erik Schmid uns verlässt oder so, dann schon er. Ja. Genau. Theo. Theo. Wenn du kommst und dann unser Mittelstürmerstar wirst, da hätte ich nichts gegen. Kanadier. Und Jamaikaner. Zwei Staatsbürgerschaften. So viel zum Kader. Ja. Und was ist, oh, schon eine Stunde geredet. Das kann ich mal gut, ne? Über St. Pauli abschweifen kann ich mal gut. Ist jetzt aber so. Kommen wir noch ganz kurz zum, wie es denn jetzt weitergeht. Ah, Spanien und Frankreich steht schon 1 zu 1, sehe ich gerade. Okay. Muss ich dann vielleicht mal die zweite Halbzeit gucken. So, Spielplan. Wir haben natürlich ein paar Testspiele. Gegen Bremer SV, Kreuter Fürth. Kopriv, Nietzsche. Keine Ahnung. Irgendwelche Testspiele. Zwei sogar gegen die. Einmal auswärts, einmal zu Hause. Und die sind, glaube ich, beide im Trainingslager. Sind auch beide am gleichen Tag. Ist ja witzig. Ich glaube, das haben sie falsch eingetragen beim Kicker. Gucken, was... Ach nee, auf der Homepage vom Erzählung Pauli ist das irgendwie anders aufgelistet. So, und dann noch Olympique Lyon. Auch am gleichen Tag. Wir können doch nicht drei Spiele machen. Ich glaube, das ist ein Fehler in der Datenbank. Also, zwei Testspiele am gleichen Tag ist normal. Das kommt mal vor. So, haben wir auch genug Spieler, die Spielpraxis brauchen. Haben auch genug Ideen, die wir ausprobieren müssen. Ja, so haben wir noch Norwich City. Das eigentlich interessante Testspiel ist das Saisoneröffnungsspiel. Dann nicht mehr im Trainingslager, sondern zu Hause. Ich glaube, Norwich ist auch auswärts. Wahrscheinlich in England dann, ja. Atalanta Bergamo, der aktuelle Europapokalsieger, kommt zum Auftaktspiel am 9. August nach Hamburg. Und eventuell gehe ich da hin und gucke mir das an. So ein Auftaktspiel ist immer ganz spannend. Ist natürlich ein Testspiel. Geht um nichts. Geht nur darum zu gucken, wie funktioniert so die Mannschaft. Da kommen traditionell gute Mannschaften zu uns, ans Mellantor. Häufig genug gewinnen wir das dann aber auch. Mal gucken, ob wir gegen Atalanta gewinnen können. Ja, dann kommt am 16. August das erste Pokalspiel in Runde 1 gegen den Halleschen FC. Keine Ahnung. Denke ich mal, sollten wir gewinnen wollen. 16.8.18 Uhr. Schauen wir mal. Passiert uns ja häufig genug, dass wir in der ersten oder zweiten Runde beim DFB-Pokal ausscheiden. In der letzten Saison sind wir erst im Viertelfinale ausgeschieden gegen Fortuna Düsseldorf. Das war sehr dramatisch und traurig. Ich war im Stadion. Das war das erste Elfmeterschießen, was ich dann mal live im Stadion miterlebt habe. Mit irgendwie dramatischen Ausgleichssituationen in der normalen Spielzeit, regulären Spielzeit und dann auch noch in der Verlängerung auch noch mal irgendwie dramatisch spät ausgeglichen. Und dann im Elfmeterschießen erst in den Vorteil gegangen. Und dann, ja, zwei Elber vergeben und unglücklich, sag ich mal, ausgeschieden gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, das wäre es gewesen, im Halbfinale dann gegen Leverkusen zu spielen. Ach, das wäre aber auch unfair gewesen, wenn Leverkusen dann nicht das Double gewonnen hätte, nur weil wir sie im Pokal rausgeworfen hätten. Nein, das geht ja nicht. Ja, dann geht es los. 24.8. Ne, ist noch nicht terminiert, aber am Wochenende vom 24.8. spielt St. Pauli zu Hause. Wir haben einen Zuhause-Auftakt gegen Heidenheim. So, Heidenheim ist letztes Jahr erst in die Bundesliga aufgestiegen und die haben dann, was haben sie denn geschafft, wo haben sie denn abgeschlossen? Also erstaunlich früh den Klassenerhalt, glaube ich, waren nicht in diesem Abstiegsstrudel drin, den es da gab. Und jetzt ist mein Internet nicht da und ich kann nicht aufrufen, wie die letzte Abschlusstabelle war. Bundesliga 23, 24. Guck, geht noch. Wo ist denn hier die Abschlusstabelle? Gibt es hier eine Abschlusstabelle? Ja, da. Wikipedia geht. Oh, ach, die spielen die Qualifikation für die Europa-Liga. Wie heißt diese? Conference League. European Conference League. 42 Punkte gemacht. Achter Platz als Aufsteiger. Genau. Wenn die das können, können wir das auch für Spiele-Händler sozusagen. Europäisch. Schön wär's. Übrigens, die Dauerkarte für diese Saison bekomme ich per Gutschein oder habe ich schon bekommen per Gutschein. War noch ein bisschen kribbelig, wie das genau funktioniert. Denn in einer der Corona-Saisons, ich glaube es war 21, 22, wir haben ja Dauerkarten und die kaufen wir halt jedes Jahr, egal ob gerade Pandemie ist oder nicht. Und dann gab es auch eine ganze Saison, wo wir nicht ins Stadion konnten, weil die Stadien halt gesperrt waren. Und wenn dann doch mal irgendwie ein Stadionbesuch möglich war, musste man sich halt ein extra Ticket kaufen, weil das waren dann ja eh andere Tickets als die, die man mal hatte. Man musste mit Abstand und Maske ins Stadion. Habe ich auch zwei-, dreimal gemacht. Das ging aber halt nicht über die Dauerkarte. So, und dann hatte man natürlich die Option, sein Geld zurückzubekommen für die Dauerkarte. Das haben auch viele in Anspruch genommen. Aber der Verein hat natürlich darum gebeten, hey, wir brauchen die Kohle. Wir wollen nicht allen die Kohle wiedergeben. Entweder könnt ihr sie uns spenden, das wäre natürlich am besten. Oder ihr sucht euch was in unserem Erstattungskaufhaus aus. Und im Erstattungskaufhaus für diese zweite Bundesliga-Dauerkarte konnte man sich dann verschiedene Sachen aussuchen. Ich kann mal eben gucken. Erstattungskaufhaus St. Pauli. Was ist da noch so gab? Ich weiß noch, dass es da, ähm, ja, Erstattungskaufhaus würde 2021 Kreatividee zur Kompensation von bereits bezahlten Ticketbeträgen. So, und für eine Dauerkarte konnte man dann, ähm, sowas wie DFB-Pokalticket-Gutscheine, Vorrunde und Follow-Your-Team. Ähm, Europa-Pokaltickets. Genau, es gab Gutscheine für alle Europa-Pokalspiele, wenn denn St. Pauli Europa-Pokal spielt. Ähm, und es gab eben auch eine Bundesliga-Dauerkarte. So, und da stand dann halt, wenn St. Pauli in den nächsten zehn Jahren in die Bundesliga aufsteigt, kriegst du eine Bundesliga-Dauerkarte kostenlos. Ähm, das ging aber natürlich nur, wenn man halt auch schon, eh schon eine Dauerkarte hatte. Es geht nicht darum, neue Dauerkarten zu bekommen. Ja, war eine Wette irgendwie, ob St. Pauli es schafft, innerhalb der nächsten zehn Jahre in die Bundesliga aufzusteigen oder nicht. Ähm, ich hielt das für sehr wahrscheinlich und hab das gemacht, auch für meine Frau. Wir haben ja zwei Dauerkarten. Und, ja, ähm, haben uns das geklickt in diesem Erstattungskaufhaus. Ich hielt das auch für wahrscheinlicher, dass wir noch Europapokal spielen. Also es kann natürlich auch sein, dass das noch klappt. Dann haben die Leute, die sich das geklickt haben, natürlich noch mehr Glück. Ja, aber St. Pauli ist aufgestiegen. Ähm, ich hab jetzt über diesen Gutschein, also ich hab erstmal einen sehr, sehr hübschen, ähm, auf so einer Pappkarte so einen Gutschein bekommen. Und den konnte ich jetzt einlösen. Auch einfach per E-Mail. Die wussten ja aus meiner Kaufhistorie, dass ich das genommen hab. Und, ähm, war noch so ein bisschen besorgt. Weil ich das auch im Abo hab, diese Dauerkarte. Ob sie mir dann trotzdem das Geld für, äh, die Dauerkarte abbuchen. Ähm, aber nach ein paar E-Mails hat das dann funktioniert. Genau. Auf der Webseite steht noch zur Einlösung, muss der Gutschein in physischer Form mitgebracht werden. Mit gültigem Lichtbildausweis. Ähm, Na, hat funktioniert. Also ich hab eine Dauerkarte für die Bundesliga kostenlos bekommen. Ich hab sogar Geld gespart, weil die Dauerkarten für die Bundesliga-Saison jetzt natürlich teurer geworden sind. Äh, und ich aber natürlich nur den, äh, das Geld für eine Zweitliga-Bundesliga, zweite Bundesliga-Dauerkarte nicht erstattet bekommen hab. Sozusagen. Wie auch immer. Ähm, genau. Also ich werd da sein. ähm, an dem, an dem Wochenende vom 24.8. Heimspiel gegen Heidenheim. Es wird nicht am Freitagabend sein. Es wird am Samstag 15.30. Oder ne, Abendspiel glaub ich mal nicht. Topspiel ist es ja nicht. Vielleicht ist es am Sonntag, wenn wir Pech haben. Aber egal. Das Wochenende haben uns freigehalten dafür. So, und dann kommt das erste Auswärtsspiel bei Union Berlin. Ich möchte ja diese Saison so viele Auswärtsspiele wie möglich mitmachen. Äh, gerade dieses Wochenende ist schwierig. Äh, und bei Union Berlin war ich ja auch schon beim Pokalspiel. Deswegen hat das für mich nicht die höchste Priorität. Mal gucken, wann es terminiert wird. Wenn es ein Freitagabendspiel wird. Kann ich vielleicht hin. Ähm, ist so, das sind Punkte, die wir brauchen. Und auswärts in Berlin. Äh, Berlin hat eine sehr schlechte Bundesliga-Saison gespielt. Haben als 15. mit 33 Punkten, punktgleich mit Bochum, die dann, äh, die Relegation gegen, äh, Düsseldorf gerade so geschafft haben. Ähm, das muss möglich sein, dass wir auswärts in Berlin zumindest mal einen Punkt holen. Mal gucken. So, also vier bis sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen. Ist ein guter Bundesliga-Start. Äh, wir müssen dann gleich nochmal auswärts ran in Augsburg. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Und dann ein Heimspiel gegen Leipzig wird auch eher schwierig. Aber, äh, dann so nach vier Spieltagen wird sich zeigen, ähm, ob wir von Anfang an im Abstiegskampf sind oder am Anfang zumindest so ein paar Überraschungspunkte geholt haben. Ja, dann kommt auswärts in Freiburg. Ähm, Wochenende vom 28. September. Und mein Bruder, mit Familie lebt ja in Freiburg. Und das ist so die erste Auswärtsfahrt, die ich ganz konkret im Blick habe. Da möchte ich ganz gerne hin. Gucken, ob das klappt für Florian. Mein Bruder wird es dann schon das dritte Auswärtsspiel vom FC St. Pauli, dass er, äh, dort schaut. Er ist ja auch FC St. Pauli-Sympathisant. Wärter Bremen-Fan. Aber St. Pauli mag er auch. Er ist dann immer im Gästeblock, wenn St. Pauli in Freiburg spielt. Obwohl er Freiburg auch mag. Sein Sohn ist Freiburg-Fan. Aber, ja, da wären wir dann im Auswärtsblock. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Die ersten beiden Spiele waren das Eröffnungsspiel von dem neuen Freiburger Stadion und ein Pokalspiel. So, Heimspiel gegen Mainz. Huh, schwierig, aber nicht unmöglich. Auswärtsspiel in Dortmund. Oh, da würde ich ja total gern hin. Ist allerdings an meinem Geburtstagswochenende, 19.10. Und das schaffe ich, glaube ich, nicht. Also ich glaube, da möchte ich lieber Geburtstag feiern. Und wenn es das späte Sonntagsspiel ist, könnte ich es vielleicht probieren. Ich habe ja am 17. Oktober Geburtstag, das ist der Donnerstag. Mein aktueller Wunsch für meinen Geburtstag ist, dass ich ein paar Konzerte spiele an dem. Ich werde 50 und da kann man mal was Cooles machen. In den Planungen für meinen Geburtstag bin ich noch nicht so weit fortgeschritten, aber es kann gut sein, dass da verschiedene Sachen passieren. Am 18. ist ja Podcastgeburtstag. Vielleicht gibt es da ein öffentliches Konzert, wo ich euch dann auch nochmal Bescheid sagen kann, wo ihr hinkommen könnt, wenn ihr mitfeiern wollt. Ja, und 20. 10. dann hoffentlich Sonntag das Auswärtsspiel in Dortmund. Das wäre ganz cool. Da könnte ich hin. Ist aber, glaube ich, schwieriger als Freiburg für mich zu realisieren. Und verlieren wir sowieso. Einmal ein Auswärtsspiel in Dortmund würde ich schon ganz gerne. Ja, dann vielleicht nächstes Saison. Heimspiel gegen Wolfsburg. Machbar. Machbar, machbar, machbar. Auswärtsspiel in Hoffenheim. Vielleicht ein Punkt. Keine Ahnung. Möglich. Heimspiel gegen Bayern München. Ja, ganz klar. Das gewinnen wir ja traditionell. Allerdings hat Bayern ja gerade eine schwierige Phase gehabt. Keinen einzigen Titel geholt. Wir gewinnen eigentlich nur gegen die, wenn sie gerade ein Europapokal, Weltpokalsieger sind. Ausfältsspiel in Gladbach auch sehr attraktiv. Wochenende vom 23.11. Auch schwierig. Gladbach hat auch eine schwere Saison gehabt. Ich glaube nicht, dass die sich nochmal so schwer tun werden. Nochmal Abstiegskampf. Glaube ich nicht, dass denen das passiert. Aber wer weiß das schon. Vielleicht ist da ein Punkt möglich. Das wäre ziemlich cool. und ist auch ein geiles Stadion, glaube ich. Würde ich auch gerne hin. Mal schauen, ob das möglich wird. Dann kommt ein Heimspiel gegen Kiel. Und das müssen wir natürlich gewinnen. Also ich glaube, Kiel wird es schwerer haben in der nächsten Saison als wir. Aber man weiß das immer nicht. Auswärtsspiel in Leverkusen. Also da ist die Niederlage, glaube ich, vorprogrammiert. Die haben das Duel gewonnen. Beste Mannschaft letzte Saison gewesen. Aber ist recht nah dran bei meiner Tochter in Koblenz. Und da würde ich auch ganz gerne hin. Heimspiel gegen Bremen. Müssen wir gewinnen. Auswärtsspiel in Stuttgart. Ich habe in der Nähe von Stuttgart Familie. Ist aber direkt vor Weihnachten. Mal gucken, ob das möglich ist. Ist aber in der Priorität und müsste nicht ganz so weit oben. dann geht es nächstes Jahr weiter. Heimspiel gegen Frankfurt. Sehr, sehr schwierig. Auswärtsspiel in Bochum. Durchaus möglich, da Punkte zu holen. Und dann kommt die Rückrunde. Ab dem Wochenende vom 18.01. Und ja, wie dann, da gucke ich mal nur auf die Auswärtsspiele, was da noch für Reisen anstehen. Die Wahrscheinlichkeit, da noch Punkte zu holen. Die Notwendigkeit ist dann wahrscheinlich groß, weil dann mitten im Abstiegskampf stecken und jeden Punkt brauchen. Auswärts in Heidenheim. War immer schwierig für uns, da Punkte zu holen. Ist aber nicht unmöglich. Dann spielen wir auswärts in Leipzig am Wochenende vom 8.02. Und das könnte man mal machen. Einen Familienbesuch verbinden mit einem Auswärtsspiel bei den Brausedosen. Auswärtsspiel in Mainz. Auch in der Nähe von Koblenz. Auch in der Nähe von Koblenz. weiß ich nicht. Also, ist ein sympathischer Verein. Könnte man sich mal angucken. Aber ob ich dann immer noch die Energie habe zu vielen Auswärtsfahrten, weiß ich nicht. Auswärtsspiel in Wolfsburg ist eine Tagestour. Kann man mal machen. Kriegt man bestimmt Karten, auch im Heimbereich. Ist ja nie ausverkauft, ne? Vorurteile. Gleich mal ausnutzen. So, und das nächste Auswärtsspiel ist in München. Ende März. Da habe ich auch Familie. Und das würde ich richtig, richtig gerne machen. Also, das wäre super klasse, wenn das klappt. Ich weiß, das ist immer ausverkauft. Es ist ganz schwierig, an Karten ranzukommen. Wenn mir da einer von euch helfen könnte, Karte für das Auswärtsspiel in München zu kriegen. Vielleicht sogar drei oder vier Karten, weil ich ja meinen Bruder und seine beiden Söhne dann auch ganz gerne mitnehmen wollen würde. Die sind zwar alle HSV-Fans, aber in die Allianz-Arena gegen München würden sie bestimmt mitkommen und dann jubeln, wenn Bayern ein Tor schießt. Ist mir auch egal. Das wäre bestimmt ein Fußballfest da zu sein und dann irgendwie bei der 0 zu 9 Niederlage in München zuschauen. So, dann Auswärtsspiel in Kiel. Das wird bestimmt richtig schwierig. Das ist am 29. Spieltag gegen Ende der Saison. Wir werden beide im Abstiegskampf sein, voraussichtlich. Und da geht es dann schon um sehr, sehr viel und entsprechend wird das auch ein sehr schwieriges Spiel. Auswärtsspiel in Bremen, da fahre ich ganz bestimmt nicht hin. Das ist zwar auch um die Ecke hier und auch ein sehr sympathischer Verein, aber der Auswärtsblock im Weserstadion in Bremen, da war ich einmal, als die in der zweiten Liga waren. Das war sehr unangenehm da in diesem Hühnerkäfig. Alles umnetzt, kein direkter Zugang zum Spielfeld, sondern unter uns. also auf dem Unterrang ist ein Heimbereich gewesen, wo wir halt abgeschirmt waren wie sonst was, als wären wir Schwerverbrecher. War nicht schön dort im Auswärtsblock in Bremen. Und dann kommt das letzte Auswärtsspiel in Frankfurt am vorletzten Spieltag. Ganz, ganz schwer. Ich hoffe, wir brauchen dann keine Punkte mehr, denn das letzte Spiel am 34. Spieltag ist zu Hause gegen Bochum. Das ist natürlich durchaus möglich am 17.05. um 15.30. Oh, diese Anstoßzeit 15.30 ist so schön. Da nochmal Punkte zu holen, aber ja, wir werden sehen, ob wir dann noch Punkte brauchen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir sind dann schon aufgestiegen. Ich hoffe, wir haben dann schon den Klassenerhalt geschafft. Aufsteigen geht gar nicht. Also Aufstieg ist kein gültiges Saisonziel. Auch witzig. Hatten wir lange nicht. 13 Jahre lang nicht. Ja. So. Das wird die nächste Saison und ich glaube, es wird spannend. Wir werden sehr viel Spaß haben. Wir werden endlich auch mal wieder leiden. Leiden gehört ja auch dazu. Frankreich leidet gerade, weil Spanien offenbar schon das 2 zu 0. Nee, Frankreich hat ein Eigentor geschossen. Das ist bitter. Kurz nach dem 1 zu 1. Ja, mein Tipp war eh, dass Spanien gewinnt. Ich habe ja gesagt, Spanien wird Europameister. Mal gucken, ob das klappt. Bin ich schon wieder abgelenkt von diesem komischen EM-Fußball. Die Bundesliga-Saison für St. Pauli wird das erste Mal seit lang, dass wir wieder richtig leiden werden. Und das gehört zur FC St. Pauli dazu. Das Leiden gehört dazu. Warum tut man sich das eigentlich an? Aber ich freue mich drauf. Auch auf die Niederlagen freue ich mich. Lange genug nicht gehabt. Tja, schauen wir mal, wie das wird. So, und jetzt packe ich mal hier den Rechner, auf dem ich rumgeklickt habe zur Seite und mache noch eine Kapitelmarke. Denn jetzt kommt Rainer Maria Rilke. Aus dem sämtliche Gedichte in einem Band sind wir bei Position 2054. habe ich letztes Episode schon verkackt zu sagen. Das erste Buch der Bilder, so heißt es. Und dieses Gedicht heißt Von einem Mädchen. Haben wir nicht jedem schon was mit Mädchen? Achso, das war Mädchenmelancholie. Jetzt kommt Von einem Mädchen. Andere müssen auf langen Wegen zu den dunklen Dichtern gehen, fragen immer irgendwen, ob er nicht einen hat singen sehen oder Hände auf Seiten legen. Nur die Mädchen fragen nicht, welche Brücke zu Bildern führe, lächeln nur Lichter als Perlenschnüre, die man an Schalen von Silber hält. Aus ihrem Leben geht jede Türe in einen Dichter und in die Welt. Ja. Gut, da mache ich mal einen Sitz ran. Schnapszahl Episode 555 und öffne dann Achso, es gibt noch einen zweiten Teil. Entschuldigung, den muss ich jetzt auch noch vorlesen, oder? Ne, stimmt gar nicht. Mädchenmelancholie von den Mädchen heißt das. Erstens, okay, das habe ich jetzt vorgesehen. Jetzt kommt zweitens, das gehört ja wohl noch mit dazu, bevor das Lied der Lichtsäule. Entschuldigung. Mädchen, also zweitens, Mädchen, Dichter sind, die von euch lernen, das zu sagen, was ihr einsam seid und sie lernen Leben an euch fernen, wie die Abende an großen Sternen, sich gewöhnen an die Ewigkeit. Keine darf sich jedem Dichter schenken, wenn sein Auge auch um Frauen bat, denn er kann euch nur als Mädchen denken, das Gefühl in euren Handgelenken würde brechen von Brokat. Lasst ihn einsam sein in seinem Garten, wo er euch wie Ewige empfing, auf den Wegen, die er täglich ging, bei den Bänken, welche schattig warten und im Zimmer, wo die Laute hängen, geht, es dunkelt, seine Sinne suchen eure Stimme und Gestalt nicht mehr und die Wege liebt er lang und leer und kein Weißes unter dunklen buchen und die stumme Stube liebt er sehr. Eure Stimmen hört er ferne gehen unter Menschen, die er müde meidet und sein zärtliches Gedenken leidet im Gefühle, dass euch viele sehen. Das ist aber sehr schmachtig hier. Lustig. Schmachtig finde ich lustig. Ist natürlich tragisch eigentlich und sehr romantisch, aber ich weiß nicht, mich an bis jetzt. Okay, das nächste heißt dann Lied von der Bildsäule. Was auch immer das heißt. Gut, dann öffne ich jetzt mal hier die italienische Reise von Herrn Goethe. Johann Wolfgang von Goethe. Die italienische Reise, wir sind in immer noch in Venedig. Ist das so? Schreiben. Was steht da für die Notiz drin? 5, 5, 1. Nee, das ist doch sicherlich falsch. Muss ich mal eben gucken. Ja, genau. Wir waren da durch mit Venedig. Da war dieses zwei Stunden in der Nacht. Genau. Wir sind bei Ferreira bis Rom. Das ist bei Position 13, 95, 17% im Buch. Italienische Reise. Augen zu und zugehört. Ferreira bis Rom. Den 16. Oktober früh auf dem Schiffe. Meine Reisegesellschaft, Männer und Frauen, ganz leidliche und natürliche Menschen, liegen noch alle schlafend in der Kajüte. Ich aber, in meinen Mantel gehüllt, blieb auf dem Verdeck die beiden Nächte. Nur gegen morgen war es kühl. Ich bin nun in den 45. Grad wirklich eingetreten und wiederhole mein altes Lied. Dem Landesbewohner wollte ich alles lassen, wenn ich nur wie Dido so viel Klima mit Riemen umspannen könnte, um unsere Wohnungen damit einzufassen. Es ist denn doch ein anderer Sein. Ein anderer Sein. Die Fahrt bei herrlichem Wetter war sehr angenehm. Die Aus- und Ansichten einfach, aber anmutig. Der Po, ein freundlicher Fluss zieht hier durch große Plänen, also Ebenen. Englisch Wort Plänen kenne ich Plänen als deutsches Wort kann ich nicht. Man sieht nur seine bebuschten und bewaldeten Ufer, keine fernen. Hier wie an der Edge sah ich alberne Wasserbauer, die kindisch und schädlich sind wie die an der Saale. Ferreira den sechzehnten nachts Heute früh sieben Uhr deutschen Zeigers hier angelangt, bereite ich mich morgen wieder weg zu gehen. Zum ersten Mal überfällt mich eine Art von Unlust in dieser großen und schönen flach gelegenen entvölkerten Stadt. Dieselben Straßen belebte sonst ein glänzender Hof. Hier wohnte Ariost unzufrieden, Tasso unglücklich und wir glauben uns zu erbauen, wenn wir diese Städte besuchen. Ariosts Grabmal enthält viel Marmor schlecht ausgeteilt. Statt Tasso's Gefängnis zeigen sie einen Holzstall oder Kohlengewölbe, wo er gewiss nicht aufbewahrt worden ist. Auch weiß im Hause kaum jemand mehr, was man will. Endlich besinnen sie sich um des Trinkgeldes willen. Es kommt mir vor, wie Dr. Luthers Tintenklecks, den der Kastellan von Zeit zu Zeit wieder auffrischt. Die meisten Reisenden haben doch etwas Handwerkspurschenartiges und sehen und sehen sich gern nach solchen Wahrzeichen um. Ich war ganz mürrisch geworden, sodass ich an einem schönen akademischen Institut, welches ein aus Ferreira gebürtiger Kardinal gestiftet und bereichert, wenig teilnahm, doch erquicken mich einige alte Denkmale im Hofe. So dann erheiterte mich der gute Einfall eines Malers, Johannes der Täufer von Herodes und Herodias. Der Prophet in seinem gewöhnlichen Wüstenkostüme deutet heftig auf die Dame. Sie sieht ganz gelassen den neben ihr sitzenden Fürsten und der Fürst still und klug den Enthusiasten an. Vor dem Könige steht ein Hund, weiß mittelgroß, unter dem Rock des Herodias hingegen kommt ein kleiner Bologneser hervor, welcher beide den Propheten anwählen. Mich dünnt, das ist recht glücklich gedacht. Ich dachte, jetzt kommt hier ein richtig schöner Rant, aber am Ende ist er doch wieder glücklich gedacht. Das freut mich für Herrn Goethe und ich freue mich für euch, wenn ihr jetzt längst eingeschlafen seid und das nicht mehr hört. Ich wünsche euch eine gute Nacht, ich wünsche euch einen guten Sommer, ich hoffe, ihr findet ausreichend Schlaf und wenn ihr diese Episode in einem viel späteren Winter hört, in dem ihr schon längst wisst, wie St. Pauli sich in der ersten Liga geschlagen hat, dann wünsche ich euch trotzdem ausreichend viel Schlaf. Schlaf gesund und ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.